Unser neuer Maschinenpark in der Weiterverarbeitung ist bestimmt einzigartig. Gepaart mit dem hohen Ausbildungsniveau und dem Engagement unserer Mitarbeiter, verstehen wir ihn als Sprungbrett. Wir sehen es als unsere Verantwortung, in die Zukunft zu investieren und gemeinsam mit unseren Kunden Ideen und Lösungen zu entwickeln. Die Nähe der Prozesse zueinander, der persönliche Umgang in einem Eigentümer geführten Unternehmen, vor allem aber unsere direkte Art. Das ist, was unsere Kunden an HI schätzen.